Egal wann es weitergeht, ob im Januar, im Februar, im März, im April, im Mai, im Juni, mir scheißegal, wir, wir zwei, wir sind die Number One Contender für den Tag Team Championship. So schaut es aus. Und weißt du was, das Gute ist, die Italiener, die haben gegen uns das letzte Mal auch nur drei Minuten durchgehalten. Genau so, wie das beim nächsten Mal auch wieder ausschaut. Und was meinst du, Drake? Hier stehen die zwei nächsten Tag Team Champions. So schaut es aus. Wrestling Action für Groß und Klein bei NEW Wrestling Live. Am 8. Februar 2020 kommen wir nach Amberg in der Oberpfalz. Mit dabei unter anderem Boris Payne, Fast Time Moodoo, Jessie Jade, Georg Schorschitwerch, Mark Empire, Scott Iron, The Italian Attitude, The Wild Side und viele weitere NEW Superstars. Wir freuen uns auf euch am 8. Februar 2020 im Kulturzentrum Musicom in Amberg. Tickets und Infos wie immer auf www.new-wrestling.de